Autismus und Empathie. Klassischerweise liest und hört man zu diesem Thema, dass autistische Menschen ein ausgeprägtes Empathiedefizit hätten. Dass sie große Schwierigkeiten hätten, mit anderen mitzufühlen. Ja, teilweise wird sogar behauptet, dass autistische Menschen selbst kaum oder gar keine Gefühle hätten. Diejenigen unter meinen Zuschauern, welche selbst eine Autismusdiagnose haben, wissen natürlich, dass das so nicht stimmt. Autisten können mitunter sehr empathisch sein. Gleichzeitig hört man aus der Autismus-Community auch immer wieder, dass manche Autisten ihre eigenen Gefühle ganz besonders intensiv wahrnehmen. Ja, dieses Dilemma aufzulösen, dafür benötigt es noch viel Forschungsarbeit und wissenschaftliche Expertise. Eine ganz neue Studie aus dem Jahre 2022 von niemand Geringerem als David M. Greenberg, Simon Baron Cohen und anderen Koryphäen aus der Autismusforschung hat sich nun dieser Fragestellung angenommen. Und dabei haben sie herausgefunden, dass vor allen Dingen ein Ungleichgewicht in den verschiedenen Empathieformen, nämlich der kognitiven und der affektiven Empathie, typisch für Autismus sei. Es ist sehr viel weniger die Gesamtmenge an Empathie, welche einen guten Prädiktor dafür stellt, ob eine Person sich im Spektrum befindet und wie stark und wie viele autistische Eigenschaften sie hat. Nein, vielmehr gäbe es eben eine große Diskrepanz zwischen der Fähigkeit, Gefühle bei anderen zu erkennen und mit anderen Personen mitzufühlen. Über genau dieses Thema sprechen wir in aller Ausführlichkeit in diesem Video und ich werde auch selbst meine kritische Einschätzung zu diesem ganzen Diskurs beitragen. Bevor es losgeht, vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir. Mein Name ist Tom Harrendorf und ich habe in der Vergangenheit selber fünfmal die Diagnose Asperger-Syndrom erhalten. Außerdem bin ich seit weit über zehn Jahren Leiter einer Selbsthilfegruppe für autistische Erwachsenen in einer Autismusambulanz und ich bin der Gründer der Internetseite autismus-spektrum.info, wo ihr auch ein Fachjournal mit diversen Fachartikeln zum Thema Autismus findet. Und das Ganze natürlich kostenlos und ohne Bezahlschranke. Schaut also dort gerne mal vorbei. Ja, Autismus und Empathie, das ist auch ein Reizthema. Viele autistische Menschen reagieren recht ungehalten, wenn man ihnen sagt, hey du, Autisten haben doch gar keine Empathie, Autisten haben doch ein Empathiedefizit. Nun, das fassen viele Autisten, wenn sie das hören, auch wenn es neutral vorgetragen wird, ja fast schon als eine Art Beleidigung auf. Das hat meiner Meinung nach damit zu tun, dass das Thema Autismus, dass das Thema Empathie in unserer Gesellschaft sehr hoch gehalten wird. Menschen, die viel Empathie haben, das sind gute Menschen. Menschen, die wenig Empathie haben, das sind Soziopathen, das sind Narzissten, das sind schlechte Menschen. Ich habe schon in vielen Videos gesagt, dass ich persönlich das nicht so sehe. Nur weil ich oder irgendeine Person nicht viel Empathie hat, heißt das nicht, dass dieser Mensch nicht trotzdem viel Gutes tun kann. Und schon gar nicht heißt das, dass diese Person seinen Mitmenschen vorsätzlich schadet oder überhaupt schadet. Aber dennoch, ich kann es verstehen, wenn autistische Menschen sagen, hey, ich bin überhaupt nicht damit einverstanden, wenn mir Empathielosigkeit unterstellt wird. Und das ja vor allen Dingen deshalb, weil die Autisten selber es so empfinden, dass sie sehr, sehr viel Empathie hätten. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Jetzt gibt es, wie gesagt, diese neue Studie von Greenberg und Baron Cohen et al., welche sich mit diesem Thema genauer beschäftigt hat und mal geschaut hat, wie kommt es eigentlich zu dieser extremen Diskrepanz der Eigenwahrnehmung von Empathie bei autistischen Menschen und dem, was wir mitunter in der Literatur finden oder was man gemeinhin so über Autisten erzählt. Die Studie trägt, ins Deutsche übersetzt, den Titel Empathisches Ungleichgewicht als neuartiger Prädiktor für die Autismusdiagnose und autistische Merkmale. Diese Studie, wie gesagt, noch ganz neu aus dem Jahr 2022, konnte zeigen, dass ein empathisches Ungleichgewicht zwischen kognitiver und affektiver Empathie, Hier macht man nämlich, das als Anmerkung von mir, in der Forschung, in der Literatur einen Unterschied. Es gibt nämlich nicht nur die Empathie, nein, es gibt verschiedene Formen von Empathie und verschiedene Forscher und Wissenschaftler haben eigene, sich unterscheidende Definitionen von Empathie. Naja, und ein Modell, das eben sehr häufig verwendet wird, ist die Unterscheidung zwischen kognitiver und affektiver Empathie. Wie gesagt, dass ein empathisches Ungleichgewicht zwischen kognitiver und affektiver Empathie ein stärkerer Prädiktor für die Autismusdiagnose ist, als die Gesamtmenge an Empathie. Auch wenn natürlich, das wird in dieser Studie nicht außen vor gelassen, auch die Gesamtmenge an Empathie einen gewissen Prädiktor, das heißt, ja, die Möglichkeit zur Vorhersage, ob eine Person autistisch ist oder nicht, bietet. Dabei war die kognitive Empathie erwartungsgemäß, weil das auch schon andere Studien in der Vergangenheit gezeigt haben, schwächer ausgeprägt als die affektive Empathie. Dabei dient das empathische Ungleichgewicht eben, wie gesagt, als zuverlässiger Prädiktor sowohl für die Autismusdiagnose als auch für die Gesamtmenge autistischer Merkmale und deren Intensität und nicht nur, wie man jetzt vermuten könnte, für die Symptome, welche sich auf das Sozialverhalten beziehen. Auch die nicht-sozialen autistischen Eigenschaften ließen sich mit hoher Zuverlässigkeit vorhersagen, wenn eine Person ein mehr oder weniger stärkes Ungleichgewicht bei der kognitiven und der affektiven Empathie gezeigt hat. Und das noch als kleiner Zusatz, nicht ganz uninteressant. Das Ungleichgewicht war zumindest laut dieser Studie bei autistischen Frauen stärker ausgeprägt als bei autistischen Männern. Nun, wir haben jetzt gehört, dass es scheinbar ein starkes Ungleichgewicht gibt, das wussten wir schon aus älteren Studien, bei autistischen Menschen zwischen den verschiedenen Empathieformen. Aber gerade das Vorhandensein und auch die Größe dieses Ungleichgewichtes sagt Autismus und deren Merkmale zuverlässiger voraus, als überhaupt nur viel oder wenig Empathie zu haben. Und dadurch erklärt sich eventuell auch, dass es eben das Ungleichgewicht in den verschiedenen Empathieformen ist, warum Autisten häufig eine ganz eigene und spezielle Wahrnehmung ihrer eigenen empathischen Leistungen haben. Ich möchte jetzt nochmal kurz darauf eingehen, was denn überhaupt die kognitive und die affektive Empathie ist für diejenigen, denen das noch bis jetzt nicht klar geworden ist beziehungsweise die nicht ganz so tief in diesem Thema Empathie drinstecken. Und möchte dann vor allen Dingen auch, das ist mir ganz, ganz wichtig, noch meine eigene persönliche Meinung beziehungsweise Einordnung zu diesen Studienergebnissen und der Diskussion der Empathie bei Autisten generell abgeben. Die kognitive Empathie ermöglicht das Erkennen und Verstehen von Emotionen beziehungsweise Absichten, Gedanken einer Person, aber beinhaltet per Definition kein Mitfühlen. Das heißt, ich erkenne und weiß, aha, jemand fühlt gerade das. Das heißt aber nicht, dass ich das auch selber an meinem eigenen Leibe in mir spüren muss. Ich kann ja durchaus sehen, jemand hat Angst und gleichzeitig verspüre ich keine Angst. Die affektive Empathie hingegen beschreibt das emotionale Mitfühlen mit den vermuteten oder tatsächlichen Emotionen einer anderen Person. Das heißt also, ich habe Angst, wenn ich Angst bei einer anderen Person erkenne oder vermute, dass diese Person gerade Angst empfindet. Ja, und das geht ja aus allem, was ich jetzt hier gesagt habe, hervor. Ich möchte es aber noch einmal in absoluter Deutlichkeit sagen. Die Literatur, die vergangenen Studien und auch diese Studie von Greenberg und Baron Cohen hat ergeben, Autisten haben Probleme, Emotionen und mitunter, je nachdem, wie weit wir diesen Empathiebegriff ausdehnen wollen, auch Absichten, Gedanken, obwohl man das eher zur Theory of Mind zählen würde, führt jetzt aber etwas weit, zumal Autisten auch ein Theory of Mind Defizit haben. Ja, Autisten haben Probleme, diese Dinge bei anderen zu erkennen. Sie haben aber kein Problem, diese Emotionen zu fühlen. Und so erklärt sich, dass ganz viele Autisten immer wieder sagen, hey, nein, stopp, ich habe Gefühle und ich bin auch mitfühlend. Und hier komme ich jetzt zu meiner persönlichen Kritik oder meiner persönlichen Einordnung. Mitfühlen. Ist es tatsächlich so, dass autistische Menschen mit anderen mitfühlen? Oder, das ist meine persönliche Meinung, befinden sich autistische Menschen in aller Regel, je nachdem, wie stark das Defizit darin ist, Emotionen bei anderen zu erkennen, in einer emotionalen Echokammer. Das ist meine Behauptung. Autisten befinden sich klassischerweise, und das sage ich als diagnostizierter Asperger-Autist, in einer emotionalen Echokammer. Denn, bitte bedenkt, wenn ich Probleme habe oder vielleicht sogar grob gesagt unfähig bin, Emotionen bei anderen zu erkennen und Emotionen nur vermute, meine Vermutung aber eventuell gar nicht stimmt, und ich dennoch Gefühle habe, das heißt, ich empfinde zum Beispiel Angst, weil ich vermute, bei einer anderen Person liegt Angst vor. Das ist aber gar nicht der Fall. Ist das dann tatsächlich ein Mitfühlen? Oder fühle ich einfach nur etwas, das ich dann auf die andere Person, sage ich einmal, projiziere, beziehungsweise psychologisch genauer gesprochen, wäre das eine Übertragungssituation? Ja, werde ich nicht einfach durch irgendetwas bei einer anderen Person angetriggert, selber etwas zu fühlen? Mitfühlen wäre es nur, wenn ich auch tatsächlich das fühle oder zumindestens erkenne, was die andere Person tatsächlich fühlt. Und wie gesagt, da behauptet auch diese neue Studie von 2022 nichts anderes. Dabei haben Autisten Probleme. Autisten fühlen viel, aber sie fühlen nicht unbedingt das, was der andere fühlt. Und somit, nochmal meine Aussage, befinden sie sich in einer emotionalen Echokamera. Ganz besonders deutlich wird das bei dem folgenden Phänomen, mit welchem ich auch dieses Video schließen möchte und euch, ja, um Kommentare, um eure Meinung, um euren sprichwörtlichen Senf zu diesem Thema bitten möchte. Immer wieder wird in der Autismus-Community hervorgehoben, die Empathie der Autisten wäre schon dadurch bewiesen, dass sie sogar mit Gegenständen Empathie haben würden. Zum Beispiel mit einem Stofftier oder mit einer Cartoon-Figur etc. Hier möchte ich doch aber ganz klar sagen, Empathie mit einem Gegenstand, ist das nicht völlig unmöglich? Beweist nicht die Behauptung, Empathie, oder sage ich einmal ganz krass, mit einem Gegenstand, mit einem Plüschtier mitzufühlen, das eben gerade die Empathie stark beeinträchtigt ist? Denn ein Gegenstand, und jetzt wird es vielen meiner autistischen Zuschauer hier wie die sprichwörtlichen Schuppen von den Augen fallen, ein Gegenstand, ein Stofftier hat keine Seele. Ein Stofftier hat keine Gefühle. Und somit können wir, auch wenn wir meinen, wir würden die Gefühle eines Stofftieres erkennen, diese gar nicht erkennen, weil sie nicht vorhanden sind. Die Empathie, beziehungsweise auch das ganze Phänomen, Theory of Mind, Mentalisierung, ist bei Autisten so schlecht ausgeprägt, dass sie noch nicht einmal intuitiv zwischen einem toten Gegenstand und einer lebendigen Person unterscheiden können. Übrigens etwas, das nicht autistische Menschen in aller Regel können. Und deswegen hört man auch die Behauptung, Empathie oder Mitgefühl mit Gegenständen zu empfinden, auch sehr viel mehr oder fast exklusiv aus der Autismus-Community. Man wird es aber nicht in Foren oder auf Discord-Servern von nicht-autistischen Menschen finden. Und deswegen nochmal meine Aussage, Autisten befinden sich in aller Regel in einer emotionalen Echokammer. Wenn sie bei anderen mitfühlen oder meinen mitzufühlen, sind das in aller Regel eigene Gefühle, die auf andere projiziert werden beziehungsweise durch eine Übertragungssituation entstehen. Solange sie aber nicht in der Lage sind, zielgerichtet, korrekt, die Gefühle, Emotionen anderer Leute zu erkennen, kann man meiner Meinung nach nicht von einer wahrhaften Empathie sprechen. Auch wenn das letzter Satz in diesem Video meiner Meinung nach nicht verurteilenswert oder in irgendeiner Art und Weise schlimm oder moralisch verwerflich wäre. Ja, und jetzt seid ihr dran. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Was sagt ihr zu der Studie? Würdet ihr das unterschreiben? Eher ein empathisches Ungleichgewicht als ein generelles Defizit in der Empathie. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu sagen habt. Ja, und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und vor allen Dingen abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr mich um dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne auch Kanalmitglied. Einen Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten sage ich herzlichen Dank dafür, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Haltet die Ohren steif und ich hoffe doch, wir sehen uns beim nächsten Mal.